so aufnahme müsste laufen wir sind jetzt wieder hier bei dem tollen dings da also wir haben da den mit dem bagger des things da gemacht und jetzt haben wir da in auftrag eingesammelt wir müssen also wir können in der inkubationsstation noch einen umhauen und da müssen wir jetzt da lang links geradeaus zwei hat haben wir ja oder links geradeaus und dann dahinten wieder da links rein oder da und dann runter kann sich da die eschle verstecken oder wie ist das ein versteck schrank geht es darunter und jetzt warte da müsste ich wieder das ding nehmen oder und jetzt da da rein und dann links alt der kann ich dadurch fenster schließen ich habe es weichert kann ich da durchs fenster schiebt ui ah da ist er das ist er oder na nö warst du schon jetzt oder wie warst du schon alter und jetzt tüge mehr gibt es ja nicht warst du schon jetzt gehen wir wieder zurück die dinger sind jetzt alle der oder jetzt müssen wir zurück wieder zum händler oder dann muss ich wieder zurück zum händler und dann geht es weiter und dann haben wir das oder da finde ich jetzt immerhin oder bin ich da hin da finde ich hin das ist der da jetzt kommen wir jetzt ich sehe du hast dich um einen auftrag gekümmert ja aber hallo alle achtung auf dich kann man sich verlassen was kann ich dir gutes tun warum probierst du nicht meine neue waffe aus fremder könnte dir das leben retten nenn mich ruhig pingel nicht aber für diese arbeit ist das eben voraussetzung gut jetzt müssen wir aber stirbt mir da draußen nicht steigen müssen wir aber speichern jetzt warte das war da wurde 18 uhr 10 da können wir es zu speichern gut jetzt haben wir das oder sagen wir das gut kurze pause wie spät also und jetzt gehen wir jetzt heißt hier aufzug also wir haben den mini auftrag gemacht und jetzt machen wir den maxi auftrag danach begebt ihr euch zum großen aufzug und fahrt diesen hin rauf alter speichert haben wir also da das ding ist da das ist ein schiffshebewerk oder da kann man ein schiff aufhebeln oder das so ein ding hier also ein hebewerk oder kann man und jetzt jetzt haben wir da alles und dann gehen wir da rauf ich weiß ja der da noch nicht oder die pips die pips die pips die pips die pips alter verwalt da dauert drei stunden gut da kann ich kaffee trinken da haben wir alles wieder halbwegs gewordnet hier karte ist nun war ja war ja jetzt müssen wir rauffahren hier oben betrete die einen weiteren lagebereich diesmal enthält der bereich bernstein jetzt müssen wir da reingehen das machen das kriegen wir hin da muss die kollegin noch mit rein und jetzt geht es aber auch hier ich finde wir geben ein richtig gutes team ab oder auch nicht vielleicht werde ich auch meine agentin was sagst du sie ich auch so unser land gemeinsam vor gefahren beschützen aber sowas wenn du meinst also jedenfalls müssen wir dazu erst mal heil hier raus langweiler ähm alter er speichert und now what happens now diesmal ein weiteren lagebereich äh da kommen wir nicht das da da also darum rein warte haben wir noch irgendwas da irgendwas noch tun im angebot hier da jetzt kommen wir jetzt gehen wir da rein da ist der kiste spieler auf leicht aber ansonsten ehrlich das heißt ich muss ziemlich alles einsammeln und jetzt müssen wir da rüber hüpfen oder sonst ist da nix gell jetzt müssen wir da rüber hüpfen und das müssen wir jetzt umhauen und jetzt äh ist da an der decke ein ding ne und jetzt jetzt gehen wir da durch oder mann 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 das soll bernstein sein das ist aber großer bernstein oh ne so großen bernstein gibt's gibt's gar nicht entschuldige was 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 müssen wir jetzt hier wieder machen das muss es sein wovon louis gesprochen hat entschuldigung ja äh bernstein wo wie wie muss ich da was machen ne muss ich nix machen and now da ist ein schatz wo da hinten oben oder wie bin ich blöd wo ist denn der hä über über mir ah da Mensch die kollegin so jetzt komm her spinel ok ok jetzt haben wir das bernsteinlagerhaus was sagt denn der lösung bevor er zum großen stein in der mitte geht plündert ihr alle schätze und ecken im raum danach erscheint osmund settler und entführt Ashley abermals alter ähm 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 äh also wir haben glaube ich erstmal alles geplündert alter bernstein ist nie so groß also bern das sind so kleine steinchen das ist oh jetzt kann ich was herstellen warte kann ich jetzt was herstellen ähm nein wieder nicht dies ist so ein schein maximale gesund na gut das haben wir schon und jetzt erhöht das die gesundheit steigert die maximale gesundheit komm ja das nehmen wir jetzt steigert die jetzt haben wir die maximale gesundheit maximal oder weil ich spiel ja völlig ehrlich da muss ich völlig ehrlich spielen und und so weiter ein stabel gabler alter bevor er zum großen bernstein geht das ist der da hinten müssen wir alles plünder noch sonst gibt's dann warte äh da ist das ich kann nicht mehr da haben wir auch noch was Speziesbericht bla 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 Annabelle eine gewisse Annabelle hat sich da verewigt. Ah, warte, 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 nee, ach, das ist die Kollegin, oder? Das war die Kollegin. Jetzt haben wir da alles. Dann machen wir eine kurze Pause. Und dann müssen wir zu dem großen Ding gehen. Und dann wird die Kollegin entführt, oder? Also ich muss... Da komme ich nicht raus. Ich muss... Zwischenzählig. Wir haben alles geplündert. Wahrscheinlich. Ach komm, ja gut. Alter, so groß ist Bärnschett. Also komm, die übertreiben da ein bisschen. Nee, ja, oh, da ist, ja. Freilich, da ist DNA drin vom Dinosaurier. Das ist ja der Jurassic Park Dings da. Oh nee, jetzt kommt einer als Video. Ach komm, der Idiot. Kaffee, quasi. Oh. Dies ist Video. Las Plaga. Vamos a la playa. Ulter. Na, der schaut aus. Günter. Willkommen, mein Günter. Ich bin Osmund Settler. Osmund. Ossi Osmund. Das ist doch der... Scheißegal, wer sie sind. Scheißegal, wer sie sind. Ui. Hallo. Und das ist der Video. Jetzt komm her. Warum verweigert ihr die Gnade? Äh, immer noch Video. Oh, ähm. Äh. Äh. Gehorche der Stimme unseres Herrn. Gut. Hm. Hm. Der wird sich gleich übergeben, oder? Was macht die Kollegin? Oh, sie wird ihn erschießen jetzt, oder wie? Nee. Ja. Mein Kind wehr dich nicht. Oh, oi. Na, nö. Na, nö. Ja, es ist Video. Da kann man jetzt mal nur zuschauen. Und jetzt auch, komm her. Komm her. Batsch. Keine Munizung mehr. So ein Pech, aber auch. Oh, nee. So ein... Ja. Ja, vergib diesen gottlosen Sündern. Ja, ja. Deine Buße wirst du von meinem getreuen Jünger ableißen. Mhm. Komm, Kind. Du musst keine Angst haben. Ja. Wenn ich doch Angst hab, was ist dann? Und befreie dich von Angst. Mhm. Äh. Doch. Na gut. So, jetzt, ähm. Ja. Immer noch Video. Die haben auch. Gut. Ja, es haben die, die Ashley. Und ich? Was mach ich? Das werden wir gleich wissen. Gut. Ähm. Mhm. Das ist doch die Waffe, die Laura oder die Walter P3? Nee, Walter. Ähm. 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 Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh, äh. 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 Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. das sieht ja schön aus, aber Bernstein, das sind winzige, also was heißt winzig, die sind so groß wie, wie ein Kaugummi, also wie ein Bonbon, so ungefähr, höchstens. Jetzt müssen wir da rausgehen, oder? Au, alter. Ui, 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 ui. Wo jetzt zählt, glaube ich, muss ich jetzt links oder rechts gehen? Nein, das... Da steht schon mal einer. Und was ist da drüben? Geh, dann geh ich mal da. Und da kann man nichts einsammeln. Da geht's nicht raus. Da steht einer. Dann geh ich mal da lang. Was gibt's hier für eines? Warte. Zelt statt. Ja, dann müssen wir wohl wahrscheinlich doch eher den noch umhauen, oder? So, ich spiel auf leicht. Da ist ein bisschen Auto-Aim. Du sollst Auto-Aim machen. Du sollst Auto-Aim... Ah, jetzt kommen die gleich drauf. Auto-Aim, bitte. Selber zielen. Da zielt der Auto mal. Also wenn wir... Oh, jetzt kommt einer. Genau. Auf die Knie-Scheibe. Jetzt fahr mal auf die Knie-Scheibe. Machen wir auf den Helm-Bogen. Du sollst jetzt umhauen. Der ist immer noch am Arbeiten. Ja, gut. Jetzt warte ich mal, bis die raufkommen. Oder auch nicht. Kann man da in die Ecke... Oh! Hier gibt's Zeug. Alter Schwede. Hier gibt's aber Zeug. Hier, komm her. Die Musik ist aus. Das heißt, die Kinder gehen noch raus. Nee, was ist denn hier los? Äh, warte, das ist ein Dings da. Wo bin ich denn hier wieder? Hä? Na gut. Da kann man ein bisschen Zeug einsammeln. Achso, ja. Wir müssten mal langsam... Jetzt sammeln... Pause machen. Komm her. Pause machen. Kann man da sonst noch was? Da, 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 da ist ein Kastellan. Warte, achte, da muss ich das aufschreiben. Das ist Kastellan 1316. Warte, das schreibe ich noch schnell auf. Kastellan 1316, hab ich gesagt. 1316. 1316. So, und jetzt machen wir... Gut, schauen wir noch zwei Meter rum. Und machen... Pause. Sonst ist hier nix irgendwie. Kastellan... Blablabla... Aufziehkastellan. Doch, das steht hier. Erledigt den... Den Gegner mit dem Snipergewehr. Äh, Hütte. An den Spinden steht eine... Aufziehkastellan-Figur. Heimst hier auch alle... Und die haben ein lustiges Deutsch. Danach erledigt ihr im unteren Bereich... Bei den Zelten alle Gegner. Ja, äh... Ja, na gut, können wir noch zwei... Wir haben ja alles eingesammelt. Und... Machen wir noch zwei Meter. Das müssen wir noch einsammeln. Und... Ich hätte auch da unten rumgehen können, oder? Also, und da rum. Also, wurscht. Wurscht jetzt, oder? Ich kann jetzt da runter. Haben wir da alles... Eingesammelt. Rennt da unten noch einer rum, oder wie? Nee. Also, ich kann jetzt da runter, oder andersrum? Soll es da runtergehen? Ich kann jetzt da runter. Gut, machen wir noch zwei Meter. Kann man da noch was abplündern? Ja, komm. Ja. Machen wir noch zwei Meter. Wendt da noch einer rum? Sonst wären wir da rausgekommen, oder? Warte, gehen wir da nochmal zurück. Da wären wir... Da sind wir rausgekommen. Gut, und da vorne sind wir da raufgegangen. Dann gehen wir jetzt da weiter. Schauen wir uns die Gegend nochmal an und dann machen wir Pause, Freunde. Halt... Warte, 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 warte. Da gibt's ein Dings da. Ja, und da gibt's nix da. Doch, da gibt's ein Irgendwas. Und jetzt gibt's nix mehr. Oh, und jetzt... Ja, dann machen wir gleich paar... Warte, machen wir gleich Pause. Dann machen wir gleich paar Pause. Jetzt müssen wir da durch. Da kommen bestimmt fünf Leute. Das kann ich riechen. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Dann pflanze ich mich da hin. Da drin waren wir schon. Pflanze ich mich jetzt da hin und mache Pause. Alter. Gell? Da waren wir schon drin. Da waren wir immer warmer, warmer, warmer. Dann pflanze ich mich jetzt dahin. Nachladen. Gut, dann schalte ich jetzt aus und wieder ein. Tschüss, bis gleich. Musik